Ja, moin Leute und willkommen zurück hier bei A Way Out. Wieder mit dabei ist natürlich der liebe Hisky. Und ja, beim letzten Mal hatten wir hier bei dem tollen Gitter aufgehört. Und genau hier steigen wir wieder frisch ein ins Spiel. Ja dann, drehen sie an der Mutter. Oder am Bolzen. Nicht am Rad. Nee, ist ja, ne, ist ja am Bolzen. Zweimal, uh, doch so festgeschraubt. Ja. Na dann, gib es mir. Nicht fallen lassen. Es ist auch so, wenn man spielt, irgendwie so eine extrem steile Wand oder so hoch steigt. Ich habe da richtig Schiss dabei jetzt selber. Obwohl man es genau weiß, okay, im Spiel, das ist was anderes, ne. Dann. Ich wollte schon sagen, was, Thomas, was? Ich weiß ja, meine Reaktionsfähigkeit ist immer nicht die schnellste. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt noch ein Hindernis kommt, oder? Ich kann nicht glauben, dass ich mich in diesem Schisshöl wieder rauskomme. Es ist nicht vorbei, bis die galtige Frau singt. Oh, sie wird singen. Verracht mir. Ich hoffe so. Alter. Das Wetter macht einen echt ein bisschen verrückt, ne? Ja, vorhin, weil wir gerade Fasmo gespielt haben, ne? Ja, ja, ja. Was mit dem Camp da, das war zu doll, ey. Zum Schluss wieder. Ich kann das schieben, okay. Wieso kann ich das schieben? Muss ich irgendwo dahin damit? Wahrscheinlich. Ah, da oben. Okay, ich sehe schon. Ja. Kann man hier wahrscheinlich hochsteigen? Ja. Lässig. Na dann, hab durch hier. Boah, stell dir mal vor, man würde das hier auf einem 4 zu 3 Bildschirm spielen. Wäre noch abgeschnittener als sonst. Ach, oh Gott. Hattest du das gedrückt. Oh, da sind welche. Speichert. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Ja, da passiert dann wohl erstmal nichts, ne? Gute Frage. Einfach ignorieren. Hey, Leo. Geh über hier. Was? Ja, er geht irgendwie nicht weiter. Wieso ist das denn jetzt schon hier? So, jetzt S drücken erstmal. Genau. Damit du S drücken, damit du davon loskommst. Genau. So, ja, das war das. Immer die Entgegengesetzrichtung. Einfach links laufen. So. Stimmt, das war das mit dem. Oh, shit. Damn. Wir haben die Tür örtet. Okay, auf drei. One, two, three. Warte, warte, warte. Wenn der Donner kommt. Let's time it with the thunder. Okay. Okay, sure. Das kann man doch gar nicht abstimmen. Gott. Nee. Das war zu früh. Was? Ich hab nicht reagiert. Aber ich hab eh gedrückt. Vielleicht zu spät. Nee, ich war zu früh. Was hast du nicht reagiert? Boah, danke. Puh. Ich war ein bisschen irritiert. Bei mir stand das eh nicht mehr. Nur noch so ein gelber Punkt. Aber wir müssen hier eine ganz kurze Pause machen. Bis gleich. So, ich bitte über unsere Unterbrechung. Ausschalten. Oh. Oh, Gott. Ich hoffe, er ist nur bewusstlos. Ich will hier keine umbringen. Was ist denn noch jemand? Over there. Through the warden's office. Leo, hier! Hoch zum Büro des Direktors. Ich werde meinen Schallplattenspieler haben, deswegen. Ich hoffe, dass niemand das gehört hat. Ich stelle mir vor, da wäre jetzt jemand drin gewesen. Weiter sind das viele Bücher. Ja. Oh Mann. Und so viele doppelt und dreifrund. Oh, guck mal was ich machen kann. Ist ja geil. Das ist doch mal schneller. Ich habe niemals in Asien. Vielleicht werde ich da, wenn das alles überrascht. Ja, da habe ich auch gerade schon einmal eben gestanden. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hier geht's, Junge. Enjoy your freedom. Ja, der wird wahrscheinlich hier draußen sterben. Ja, genau. Die sind es nicht gewöhnt eigentlich. Freiheit. Oh, da ist jemand aus der Gefangenheit. Ah, da schiebt man. Okay. Ja, gut. Da ist jemand aus der Gefangenheit. Äh, das ist bei mir jetzt gerade abgespackt. Das Spiel ist bei dir... Ne, hä? Ja, doch. Das wirst du denn in der Aufnahme sehen, wenn ich es nicht rausschneide. Ja, okay. Es ist, äh, einmal auf Tab gelegt und dann war, war Standbild in der Aufnahme. Ja, gut. Aber jetzt läuft wieder. Ja, ja, ich habe erst gedacht, es ist abgestürzt. Aber als ich dann irgendwie... Irritiert mich total, dass ich mit der Maus nicht, nicht gucken kann. Kannst du doch mit... Also, dass ich mich nicht, nicht umsehen kann. Kannst du doch mit der Maus drehst? Ja, aber, also, eben ging es nicht. Also, ich musste es erst, äh, sozusagen aktivieren. Nein. Alles gut? Great. Wer war da? Wer? Wer waren die Gäste? Ich kann nicht erinnern, ich muss mich älter werden. Ich bin älter. Du trinkst zu mir. Geht es hier noch weiter runter, oder? Lohn ist zu, okay. Jetzt müssen wir hier durch. Und dann müssen wir da, ähm... Ah, hier wieder. Im Krankenzimmer. Bett. Was will die Geister dich ausknocken? Ich glaube, das müssen wir machen. Ja. Okay, ich fahr zu nach dran. Habe ich zu spät gesehen. Interessant. Das müssen beide hinter denen stehen und dann lästerlich reagieren. Okay, wir starten wieder hier. Alles klar. Speicherpunkte sind sehr großzügig, muss man sagen. Ja. Carson. Okay. Siehst du das? Ich habe dir bereits gesagt. Nein. Nein, du solltest es. Jetzt. E-tippen, e-tippen. Gut. Ja, ja, mach ich. So. Ja, du musst ja auch nicht spannend bleiben, ne? Schau mal. Vorsichtig vor... Okay. Müssen wir jetzt echt aufpassen. Das war... ...mal... ...außer ab der Slisskegelz bleiben. Ja, hier muss man so ein bisschen... ...die kann dranbleiben. Ich glaube, ich war gerade nicht im Schleichmodus. Nein, der war es auch nicht. Denn der Gesicht wird... ...voller... ...voller... ...voller geleuchtet, gelichtigt. Ja. Ja. Ich komme auf dieses Lösen nicht klar, Alter. Ich kenne es aus vielen anderen Spielen, deswegen habe ich damit weniger Probleme. Das ist echt... ...für mich ist das echt ätzend gerade. Also, jetzt muss ich erst mal gucken, wo du jetzt bist. Äh, du bist... Oh, oh, du bist ja da hinten schon. Ich bin einfach durchgerusht. Ich glaube, ich kann Ausscheidner hast du keine Probleme mehr. Jep. Kannst du jetzt einfach durchrennen. Ja, ja. Habt ihr gerne die Arbeit abgenommen? Ja. Wir können das Gehirn benutzen. Wir brauchen nur etwas, um es zu schlafen. Ja, ja, ich habe es schon gehört. Ich glaube, es gibt keine... ...ääh... ...we werden jetzt nie wieder wahrscheinlich zurückgehen oder so. Ich glaube, das Gefängnis haben wir jetzt wahrscheinlich direkt hinter uns gelassen. Hier ist nichts... Ah, Kleiderbügel. Die werden ein Gewicht nicht aushalten. Die sind nicht dafür ausgelegt, ein paar... ...ein paar Kilos auszuhalten. Ich glaube, du musst dir auch noch einen holen. Mhm. Schön abrollen. Ich glaube, ich... ...echt nehmen würde ich mich volle Kanadern. Ja. Ah, jetzt kommt es. Dann auch mal. Ich schrei doch nicht so. Oh. Oh Gott, mach hier eine. Ich drück. Ich drück alles, was geht. Ah, schieß. Also, ich drück die ganze Zeit E... Äh, W stand da, glaube ich eben. Ja. Komm schon. Was die auch nicht treffen? Wie doof sind die denn? Au. Ach, echt? Äh. Los, Leo. Wir schaffen das. Ja, lecker. Das ist für cool gemacht. Ja, ist echt gut. Ja, auf geht. Oh, ah. Ah. Aber ich muss persönlich sagen, bei diesem Spiel wird es echt schwer, eine ganze Zeit eine Position für die Kamera zu finden. Weil es wechselt alles immer wieder. Was ist das? Back in the prison, when we climbed that shaft. You know, the back-to-back thing. Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Okay. Es musste nochmal gesagt werden. Hm. Here. Aber es hat funktioniert, ne? Ja, tatsächlich. Alright. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we've really pissed him off. We're using everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Leo, find... Hello, I... So drückt hinter mir. Hä? Vincent finden? Wieso das? Wahrscheinlich, weil wir zu weit weg sind oder so. Ja, mehr als rennen kann ich ja nicht. Ja, ja. Komm schon. Oh, shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Ja. Hm. Auch noch wieder aufpassen hier, äh. Ja, jetzt sollten wir uns nicht von denen erwischen lassen. We should be able to hide in these Busses. Das ist niekisch niekisch sein. So, aber können wir die auch einzeln ausschalten, oder? Ja, nicht. Geht's die Richtung? Hier vorne ist auch einer, ach du Scheiße. Können wir den ausschalten? Ja. Einer weniger. Die schlafen. Keine Sorge. Das geht ja nicht von der anderen Seite umrunden. Okay. Ich halte die einfach alle aus. Ich frage, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt geht's ja wieder hoch. Ups. Ja, hier unten sind zwei. Ich halte noch den hier oben aus. Okay. Das müssten wir wahrscheinlich wieder zusammen machen, denn. Äh. Da links irgendwo bist du okay. Da unten. Sind sie hier lang? Nein, der mir ist auch noch einer tatsächlich. Ja, der geht aber nicht bis da hinten hin. Bist du? Ich geh zum linken, du zum rechten. Geh nach oben ran. Genau, jetzt. So. Sehr schön. Der hätte ich mir doch gleich eine Knarre mit eingesteckt, zur Sicherheit. Hm. Beide. Okay. Verdammt. Wie viele Schäfer sind hier drin? Keine Ahnung. Habe deine Kopf hoch. Oh, der kann einen entdecken. Oh, der kann einen entdecken. Ich habe den Schäfer von dem Schäfer. Okay. Ich sende Johnson. Ja, guck. Ja, guck. Ja, ist in Ordnung. Guck dir den Stein da an. Ist in Ordnung. Der macht doch alles. Auf dem Stein können wir uns verstecken. Jetzt weh drücken. Immer einfach weg. Immer die Taste drücken, die weg von dem Versteckobjekt zeigt. Das sieht voll geil aus hier. Ja. Ich cool. Dafür, dass das Spiel schon ein paar Jährchen auf dem Wubbel hat. Und vor allem fotorealistische Spiele sehr schnell an den Grafik hat, die im Einflüten. Hm. Oh, jetzt müssen wir die wieder gleichzeitig machen. Okay, du bleibst hier. Ich gehe zum anderen. Ach so. Ah, nee. Okay, oder? Kann ich hier ein? Komm, ich kann hier alle einigen. Oh, da müssen wir uns aber echt gut absprechen, weil der andere sieht das ja, wenn du von hinten kommst. Eben. So. Eins, zwei, drei. Drei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hm, hm, hm. Wir brücken, okay. Ja, bisschen stark bewacht. Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take this car. Cross the bridge. What are you crazy? Don't like heights, man, okay? Okay. Ja, keine Ahnung. So viele Bullenkutschen widerstehen. Ich weiß nicht, ob man da mit so einer normalen Karre einfach durchfahren kann. Ja, wir müssten hier drauf reagieren, ne? Also wir können jetzt hier runterzählen, ne? Also von drei, zwei, eins. Und dann genau entscheiden, links oder rechts, ne? Ja. So, okay. Drei, zwei, eins. Hä? Hä? Ne, ne? Ob wir jetzt links oder... Ne, wir müssen uns beide einig sein. Du wolltest links... Ach so. Ich hatte, glaube ich, links gedrückt, glaube ich. Wir können aber auch rechts machen. Oder der Brücke oder dem... Oder mit der Bullenkarre durchfahren. Was wäre die lieber? Wir können immer so machen. Es wird mehrere dieser Entscheidungen geben. Und das wird dann mal abwechselnd gehen. So, erstmal entscheide ich. Erst entscheidest du, dann ich, dann ich, dann du, dann... Erst du, dann ich, 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 ich. Okay. Dui. Ne, du zuerst. Ne, das ist für was heißt das, ja. Ja, okay, dann machen wir das mal mit der Brücke da. Okay. Besuchen wir. Unser Glück. Obwohl ich ja so ein Schisser bin, was Höhen angeht. Ja, genau so. Also der Charme, eigentlich jetzt. Ach so. Ja, mal gucken. Ne, ich selber habe nicht so Höhenangst. Es geht. Ich, ich persönlich habe auch keine Höhenangst. Allerdings, wenn ich an dem vor... Auf einer hohen Höhe stehe und dann nach oben gucke. Und vor mir keine Sicherung ist oder so. Dann habe ich richtig Schiss. Aber so Höhenangst an sich selber, nein. Oh Gott. Das wird lustig. Wieso soll man sich hier verstecken, hä? Ja, habe ich auch gerade gekauft, ob ich hier oben welche sind. Oh Gott. Nein, ich habe aber persönlich auch ein bisschen Schiss. Ja. Oh Gott, guck mal nach unten. Das ist ein Damm. Ach du Scheiße. Ah, das... Oh Gott. Ja, okay, ich verstehe schon. Jetzt verstehe ich, warum man sich hier verstecken kann. Ja. Kommt, lass uns bitte. Oh Gott, oh Gott. Ich bin zu fett, tut mir leid. Oh Gott, stell dir mal vor, dass bei Lio passiert. Dass du immer auf mich steigen musst. Ja. Weiß ich auch nicht. Jetzt musst du rüber gehen und dann die... Oh Gott, ja. Ach so. Okay. Oh Gott, das ist eine große Strecke. Warum mache ich das? Ja, der hätte ich aber auch Schiss, ne? Aber nicht wegen der Höhe, sondern einfach, ne? Weil... Einfach, weil es tief nach unten geht. Boah, das hätte ich mich aber auch nicht getraut im echten Leben. Da muss die Not schon sehr groß sein, dass man da dann rüberspringt. Das stimmt. Aber in der Not macht man echt, echt viele Sachen. Wenn man so gar nicht glaubt. Ich glaube auch. Hey, was ist das? Komm her. Oh, Scheiße. Stattig. Siehst du die Rüge? Geh da. Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Ja. Du denkst, sie könnten so weit kommen und auf den anderen Seite kommen? Nein, ich glaube nicht. Es ist eine wirklich große Strecke und die Rüge in der Wasser sind zu stark. Really? Trust me. Ich habe hier schon seit Jahren hängen. Ach, du Scheiße. Okay, das, das, das wäre doch nicht... Ach, Gott. Geh meine Hand und ich helfe dir. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Der dreht sich mir der Magen jetzt auch schon um. Und das ist der Weg raus. Wir sollten diesen Locker abschneiden. Verdammt, es ist lockt. Mal sehen, ob wir etwas hier umgehen können, um die Bustet-Oper. Ich sehe schon was. Ich sehe, dass du die Bustet-Oper. Ah ja, eine Axt. Sehr gut. Auch kaum laut. Und vor allem mit dem Ellbogen glaseinschlagende... Ja. Funktioniert super. Nein, funktioniert jetzt nicht. Vor allem nicht ohne Verletzung. Ich weiß das gar nicht, wie das mit den Brandmeldeanlagen ist. Hier, wenn man die mit der Faust einprügelt. Ich glaube, da tut man sich auch schon ein bisschen weh. Ja, aber seitdem... Er soll jetzt so ein Stück Stoff oder so halt ein bisschen davor haben, ne? Deswegen auch mit den Ellbogen anschlagen oder so, wenn das wirklich beschützt ist. Aber ich glaube, die sind auch sicherheitsglas, also so aus, äh, dieses bruchsichere Glas. Also, was seitdem. Nicht verletzt, wenn du... Ne? Verstehst schon. Ja, ja. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich glaube, du musst dich ja erst mal ausschalten oder so. Aha, okay. Schaffst du schon. Jetzt erst drücken erstmal. Ja, jetzt muss ich... So. Stopp da! Oh, shit. Oh. 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 Okay. Ja, ist jetzt eh zu spät. Okay, ist jetzt eh zu spät. Oh. 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 Das hätte man jetzt eh nicht geschafft. Entstation. Ich muss dich ja erst... Oh. Oh. Oh Gott. Ich muss schnell sein. So sein. Gut, dass er so ewig braucht. Get over here now. End of the road, scumbag. Was willst du? Let it go. Come on, Leo. Yeah. Get after them. Get them, boy. Get after them. Oh nein. Oh noch... Oh Gott. Oh noch so freundliche Hunde. Kannst du vor dir nicht abhauen? Jetzt wurden wir noch getrennt. Der Hund ist dann einfach schneller als du. Ja, safe. Und die sind auch für noch trainiert. Ja, bleib du erst mal. Steht, ist in Ordnung. Ah, das tut doch weh. Ah, ich glaube, die muss irgendwas ausweichen oder so. Ach du Scheiße. Äh. Wo muss man noch reagieren? Ah, das ist echt geil gemacht. Das ist schön. Oh, Scheiße. Verdammt. Almost hat er. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Töne, hey. Oh, Scheiße. 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 Hey. Just tell him. This is the deal. You either take it or don't. Got it? Er sagt nicht, es ist zu viel Risiko, der Preis muss kommen. Das ist nicht going to happen. Aber es ist nicht going to happen. Harvey, ich muss mit dir sprechen. Warte, hast du das? Es ist wichtig, du musst du das hören. Schau, mach das Geld oder stoppust meine Zeit, okay? Ja. Ja. Was ist? Leo wurde aus der Präsenz. Was? Ich habe gerade den Anruf. Er ist nicht zu sein? Der Mann hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Es ist gut für nichts. Entschuldigung, Boss. Schau, Sean. Du musst ihn finden. Okay? Ja, aber ich bin nicht sicher, dass die Leute, die wir jetzt haben... Das ist mein Problem. Du musst ihn finden. Du verstehst? Ich weiß nicht wie, wie es passiert. Ja, Boss. Du hast entschieden? Ja. Preis reduziert oder kein Geld? Okay. Kein Geld. Leo. Oh. Ja. Sehr cool. Ich würde mal auf die Uhr gucken, oder? Ja. 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 Alles klar. Ja. Ja, Leute. Nach dem spannenden Part hier werden wir erstmal ein kurzes Päuschen einlegen. Aber wir sehen uns ja bald wieder. Wie immer findet ihr alle Infos in der Videobeschreibung. Schaut auch unbedingt bei Hiskys Kanal vorbei. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt A Way Out. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.